mittwoch der 20 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir öffnen auch heute das adventskalender türchen und beginn macht ihr wisst der netto adventskalender und da ist das türchen ihr seht schon ein stern so schaut er dann aus halt jetzt sind wir hier beim kaufland-adventskalender das ist ja da das türchen warum auch immer kommt da jetzt die stiefel hervor der adventskalender dürfte ja auch aus dem aldi sein da ist das türchen und wie ihr seht auch der stiefel ich habe ja eben bereits was dazu gesagt der dürfte wieder aus dem nidl sein der adventskalender da ist da das türchen ist etwas beschädigt da unten wenn er hinguckt was ist ja der stern so würde aussehen da sage ich nichts außer da ist das türchen weil nichts drin wirklich nichts drin war hier bei dem zweiten adventskalender der ja aus dem aldi ist ungeschenkt da ist das türchen und wie ihr schon seht es ist ein schocki und dennoch sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns auch am morgigen donnerstag dem leider fünften todestag von meinem vater